Wie wir wieder jung werden. Sechs Prinzipien eines dynamischen Aufbruchs. Diese Prinzipien haben wir beim Deutschen ITZ-Verband vor einigen Jahren herausgearbeitet und mit der Initiative Jugendarbeit in 4D sind wir seit einigen Jahren unterwegs und wollen der jungen Generation helfen, dass Glaube relevant, sichtbar und lebensfördernd für sie und für andere ist. Den Prinzipien liegen folgende Ausgangsfragen zugrunde. Was macht Jugendarbeit heute stark? Welche Ansätze brauchen wir, damit unsere Gemeinden wieder jünger werden, damit Gemeinden und Gemeinschaften irgendwie auch relevant sind für junge Menschen? Und wie können wir auch die Bedeutung der missionarischen Arbeit für die junge Generation erhöhen? Der ITZ-Beziehungskompass, der dürfte langsam in Knarau bekannt sein. Die vier Dimensionen stehen für den Inhalt, sozusagen für die Schätze, die uns anvertraut sind, biblisch. Und die sechs Ecken der Dimensionen stehen für die sechs Prinzipien, für neue Formen, sozusagen für Flügel, die uns hoffentlich ins weite Land tragen. Jedes Prinzip besteht aus einem Wortpaar und beginnt mit einer Frage und soll ermutigen, in einen Freiraum des Denkens zu führen. Prinzip eins, was wäre, wenn wir Jugendliche als eigenständig glaubende Menschen wahrnehmen und wie ein Rollentausch von Gestalter und Macher zum Ermöglicher und Begleiter vollziehen. Zutrauen und Ermöglichen bedeutet, jungen Menschen den größtmöglichsten Freiraum zu geben zur Ausgestaltung der Angebote von Gemeindedämen. Junge Menschen als mündige Personen wahrzunehmen und mit ihnen zusammen auf Augenhöhe, und das wird, glaubt, die Herausforderung für manche von uns sein, Gemeinde zu gestalten und sie nicht nur irgendwann mal so einzubinden, sondern ständig einzubinden. Jetzt ist es so, dass manche von uns vielleicht die Erfahrung gemacht haben. Junge Menschen lassen sich gar nicht so gerne beteiligen. Ich habe hier ein Partizipationsquadrat mitgebracht, weil für mich irgendwie klar ist, Beteiligung fällt nicht vom Himmel. Vier Schritte. Ich handle als Leiter, du schaust zu. Ich handle, du hilfst mit. Du handelst, ich helfe dir. Und zum Schluss steht dann eben, du handelst und ich schaue dir zu und schaue nicht weg. Das zweite Prinzip, Glauben teilen. Was wäre, wenn wir nicht nur vom Glauben reden, sondern Jugendliche vor allem in unserem alltäglichen Glaubensleben teilhaben lassen, reingucken lassen. Unser Leben spricht eben lauter als alle unsere Worte. Glauben teilen bedeutet nicht nur vom Glauben zu reden. Das können wir gut. Sind als gute Predigerinnen und Prediger ausgebildet, sondern vom Glauben glaubwürdig zu leben und zu reden. Nicht als Besitzer der objektiven Wahrheit aufzutreten, sondern Verkündigung als ständigen Dialog zu begreifen, als kontinuierliches Beziehungsgeschehen. Prinzip drei, Beziehungen leben. Was wäre, wenn wir Jugendarbeit oder die Arbeit mit jungen Menschen als dauerhaften Lebensraum verstehen und daher Jugendlichen verlässliche Beziehungen über die Angebote hinaus ermöglichen? Was würde das bedeuten? Tiefe Beziehungen ermöglichen, lange bevor wir sie irgendwie als Arbeitskraft verstehen. Beziehung leben bedeutet das eigene Leben, das eigene Haus, das eigene Herz, den eigenen Glauben fröhlich öffnen. Beziehungen mit Jugendlichen nicht bauen, missionarisch zweckhaft irgendwie, sondern unverzweckt missionarisch. Sie nie als Missionsopfer sehen. Das vierte Prinzip. Was wäre, wenn wir den Glauben von Jugendlichen als Prozess verstehen und sie ermutigen, selbst mit Glauben des christlichen Glaubens zu experimentieren, mit Formen des christlichen Glaubens zu experimentieren? Experimentieren und selber glauben. Wie wäre es, wenn Gemeinden sozusagen ein göttliches Versuchslabor wäre? Experimentieren und selber glauben bedeutet, den Glauben von Jugendlichen als eigenständig und berechtigt zu aktivitieren, auch wenn sie den so ganz anders ausgestalten als wir. Und Jugendlichen dabei begleiten, dass sie ihre Formen des Glaubens integrieren können in Gemeinden, nicht mal nur, sondern ständig. Und wie wäre es, wenn wir nicht eine Co-Abhängigkeit als Leiter, als reife Menschen gegenüber den jungen Erwachsenen, gegen den Teilnehmenden erzeugen, sondern sie zu geistlichen Selbstversorgern erziehen, damit sie selber glauben statt nachglauben, damit sie selber denken, statt irgendwie nur nachzusprechen? Prinzip fünf. Sehen und hören. Wie wäre es, wenn wir konsequent den Einzelnen in den Blick nehmen und ihn bei der Suche nach Orientieren und Sinn persönlich begleiten? Gerade jetzt in der Corona-Zeit oder Post-Corona-Zeit, wer weiß es schon? Es gibt so viele Menschen, die unter Social Distancing gelitten haben und Sehnsucht haben nach wahrer Begegnung. Konsequent den einzelnen Menschen sehen, den Jungen wie den Älteren in den Blick nehmen und sie begleiten in der Suche nach Orientierung. Und immer wieder nach den Lebensbedingungen junger Menschen fragen, Mentoring, Seelsorgekompetenz aufbauen, weil One-to-One meiner Meinung nach das Angebot von Gemeinde heute ist. Und das letzte Prinzip, kommen und gehen. Wie wäre es, wenn wir die eigenen sicheren Räume verlassen und Jugendliche mit der guten Nachricht von Gott dort aufsuchen, wo sie sind, im wahrsten Sinne missional. Hingehen und dort bleiben und auch dort Gemeinde bauen. Kommen und gehen bedeutet, die Haltung aufgeben, zu glauben, dass Menschen nur erreicht werden, wenn sie zu uns kommen, zu unseren hippen Veranstaltungsformaten. Und von der Hinwendung Gottes lernen, von der Messie und die Bereitschaft entwickeln, das eigene sichere Terrat zu verlassen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht an seinen himmlischen Privilegien fest, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Wie wäre es, wenn wir unsere eigenen kuscheligen Räume verlassen und es machen wie Gott? Zusammengefasst, wir als deutsche EC-Bewegung möchten von den jungen Menschen herdenken. Deshalb diese sechs Prinzipien, die immer übersetzt werden müssen in eure eigene Wirklichkeit. Ich ende mit einem Zitat von Vincent Donovan. Versuche in der Gemeindearbeit nicht, junge Menschen dorthin zurückzurufen, woher sie kommen. Und versuche nicht, sie dorthin zu rufen, wo du bist, egal wie schön dieser Ort für dich scheinen mag. Du musst den Mut haben, mit ihnen an einen Ort zu gehen, an dem weder du noch sie jemals waren, aber Gott zu finden ist. So können wir wieder jung werden. Kommt mit und brecht mit mir auf.